Boah, ist hier warm, Alter! Jörg, du hast neben mir gepisst. Neben dir gepisst? Ja, guck mal, hier ist ne Toilette, da ist ne Toilette, hier ist ne Toilette. Ich steh hier, Janu steh hier und du gehst einfach hier hin. Guck mal, da sind noch mehr Toiletten! Ich wollte auch nur mal gucken! Ich steh hier neben dir und fiss einfach neben dir. Wann die Lok auf der Tür schalten? Ich steh hier bei tausend Seiten, oder? Maul. Boah, haben wir keine... Junge! Er musste mal neben mir passen. Wir müssen mal wegpissen hier wieder neben dir. Junge, er kann alles reforcen. Er reforce das von mir hier. Die kommen bald? Ja. Alter, wenn man ab so kleine Schlepp dann. Wenn du nur ein Esel reiten kannst und... Junge, er pisst einfach neben mir. Ich, Janu, es jetzt nen Headshot gebe. Oh, yeah. Schau, mir gehen wir noch. Kack, ja, ey. Es hört sich einfach vor, mich über den Forst. Junge, der Typ! Nein, der fuck mich doch! Ich war grad nicht unbedingt unbewusst, dieses lautlose Laufen. Das ist... Mann! Der Forst einfach neben mir! Ich mach das aber auch immer. So, als Gewohnheit irgendwie schon. Forst macht sich! Oh, nun ist sie entschaffen. Sie pisst nicht neben mir, sie geht einen... Kilometer weiter. Sie pisst nicht neben mir? Ja. Mann, ey. Gegen Dock, alter. Lange Winklitzweise. Was ist das Schicksal jetzt? Ne, hier ist jetzt einer. Alibi ist in Sight, an Monte. Oh, Janu. Bro, I'm calling him. In Piano und in Spyro könnte sein. Bro, he's trying to give you decent call-outs. But I'm giving him already call-outs. Der andere war... Links. Der kommt links an der Tür. Du hast die Sounds auch gehört, oder? Durch das... Durch das Rotation-Loch hat es sich das so angeht. Schade. Das ist so... Kacke. Ah, ich dachte, er kommt auch von da, ich schwör. LOL! Oh mein Gott. Was für eine dumme Scheiße. LOL! Ich bin so dumm. Okay, fang mich. Du bohrst nicht Helikopter. Ah! Oh mein Gott. Ich wurde entdeckt. Hey! Oh, danke. Junge, was macht ihr denn mit mir? Mini, Alter! Hinter mir ist einer, den will ich fangen. Nein! Nein, da! Rein in die Olga! Rein in die Olga! Flash bei mir. Alter, er ist da drin, in den kleinen Raum. Ich hab's schon gesagt. Oh mein Gott! Ist da durchgefallen, ne? Man, nur er ist da da oben! Oh mein Gott! Das geht gar nicht. Ach ja, wenn wir Team killen, dann nimm mal F6 drücken, ne? Warum? Nicht alt F4 oder so? Nicht F5, F6. Aber das war intentional, die Mann. Fick dich! Man, damals konnte ich immer so viele Team killen machen und jetzt... Ja, wenn du immer F6 drückst, dann kann ich dich so oft team killen, wie ich will. Aber wenn du F5 drückst, dann halt nicht. Das geht ja gar nicht. Die haben dich genervt, die Mann. Die haben mich genervt. Was ist das so? Immer F6 Main Jungs. Ja, ist das so. F6 down. Watt durch Druck! Wir haben einen. Was? Einer ist in North Weas. Draußen. Jetzt ist er vor dem Main. Main Entrance. Die haben die Standardcam nicht mal kaputt gemacht. Was sind das für welche? Nicht pingen. Main Entrance jetzt. Er drohend. Rechts von der Main. Ball dich, ball dich! Um die Ecke! Komm! Weiter, 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 weiter! Rechts von! Er kommt jetzt! Main, Main, Main! Er ist wieder raus. Immer wenn du... Deine Eier ist da noch! Jetzt am Fenster! Jetzt am Fenster! Ok! Renn, 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 renn! Ehhh! F6 down, Alter! Die machen nicht mal ne Standardcam kaputt, ey! Die Stani-cam! Die sind halt Standard-Goalspieler! Ich weiß, was wir machen sollen, Liga! Ohne Witz! Hier läuft was! Hier kommt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sie hat nie einen luckyeren Kill geholt! Wie kann man... Kann man so lucky sein? Oh mein Gott! Ich bin echt der Letzte! Tür! Piekt! C4! Und Ella war rechts auf dem Treppen oben! Oh mein Gott! Nice! Da ist Ella hingerannt! We have been eliminated! Mag die da echt? Achso, ich dachte das wäre ne Leiche gewesen! Fuck! Oh nein! Ich bin so fucking... Oh geil! Fuck! Ich drück immer falsche Taste! Boink! Und das Bandit-Ding hier! Robert, hinter dir am Panzer! Weißt du, im Südwesten, da kommt jetzt einer rein! Ja, das war ich nicht! So geil! Robert, hinter dir! Westen! Westen! Kommt jetzt einer rein! Was ist das? Hast du meinen Crossback gesehen? Ich weiß, dass Westen da einer reinkommt! Deswegen sag ich einfach, hilft mir! Geht ja nicht! Ich bin am Arsch der Welt! Da kommt noch einer rein! Zwei Leute! Drei Leute! Ich kaufe diese Hilfe! Mach mal hier unten auf! Äh... Mute! Den Boden! Hinter dir auch! Hast du den da unten? Einer habe ich, ja! Oh! Ich hab beide! Junge, du Killer! Wer meint? Junge, ich hab mich einfach so verdrückt! Zu der Hilfe gekommen! Mann! Was machst du da so voll Idiot? Jungs, der Jäger ist da, wo wir gerade geplant haben! Dima! Und Ping! Und Ping bei dir! Benga! 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 Er läuft weg! Junge, du hättest ihn holen können! Ja, da wo du geplant hast! Besser Crawlout! Da wo die gerade geplant haben! Rechts in der Ecke! Das weiß ich auch! Ab den Bastard! Ja! Beide! Beide! Dinger sind auf! Ich mach FBI Open up! FBI Open up! Ey, der ist doch da an der Ecke! Dinger! Was passiert hier? Der Dock war die ganze Zeit da an der Ecke! Und ihr seid an dem vorbeigelaufen! Du musst doch selber an dem vorbeigelaufen! Ich komm da rein! Auf einmal liegt der da! Die ganze Zeit lag der da an der Ecke! Dein Ball haunt! Bisschen im Mikrofon rüber! Junge! Mit A liegt der jetzt! Dann macht der den P-Blade! Wo ist der Ding? An dem Fenster! Warte, ich bin hier alles! Alter, die haben gegen Schluss-Taktik! Oh, ist schon drin! WTF! Am Fenster, am Fenster! Ah! Nein! Oh! Nein! War das scheinert laut? Nein! Nein! Ey, er ist da in der Lobby! Oh! Ja, hab ich auch gesehen! Nein, ich brauchte das doch! Er ist drin! Kostet 1000 Euro, das zu fieren! Nein! Er hat meine Glatze gestriffen! Was pusht ihr denn alle? Wirf die AP! Ich hab kein Easy! Oh! Schon drin! Pass auf, da sieht's deinen Kopf! Ja, der ist rechts in der Lobby! Prima! Nein, der ist schon oben! Nee! Okay, du hast Cam! Ich glaub' dir! Janis, ich glaub' dir! Vollidiot! Wie kannst du in der Cam sein? Wie kannst du in der Cam sein? Und wir lass' dich holen! Okay, du hast Cam! Wie ist denn der Cam? Er ist ein Freund, der Idiot! Guck mal, ich sehe, dass einer in der Cam ist! Und Janis called, er ist unten! Ich denk' mir, okay, Digga! Muss ja! Muss ja richtig sein! Muss ja richtig sein! Muss ja richtig sein! Oh, witzchen! Gress' auch die G'schössende! Er liebt, der Bastard! Der... Der wird in dieser Weg, kraft ausrufen! Ich hab' den Diffuser, Leute! Diffuser! Ah! Die Junge! Janis? Nein, nein, halt's dir Maul! Nein! Halt's Maul! Halt's Maul! Nein! Jetzt ist es bei der WMVB. Ja man also. Capcom for the win. Hallo? Auf Wiedersehen.